Frau Merkel, tun Sie etwas, was dem Land gut tut, nicht diesem Haus! Geh in die Knie, Reichstanz, und klatsch in die Hände, so schön, und weck deine Hüften, so schön, und tanze im Mussolini, tanze im Mussolini, tanze im Mussolini. Frau Merkel, ich bin Lehrer einer Grundschule, in diesem Jahr wurde kein einziges deutsches Kind eingeschult, was ist hier los? Sie haben geschworen, den deutschen Volk zu gehen, was tun Sie? Sie lassen fünf Klingeln hier rein, die keinen Anspruch haben, laut Artikel 16a. Was tun Sie für unser Land? Was tun Sie für unser Land? Geh in die Knie, so schön, und klatsch in die Hände, fantastisch, und weck deine Hüften, Reichstanz, und tanze im Mussolini, so schön, Reichstanz. Reichstanz!